Hallo und herzlich willkommen bei Kunst und Spiele in der Pinakothek der Moderne. Ich bin Steffi und heute erzähle ich euch eine Gute-Nacht-Geschichte zu dem Werk von Paul Klee, Der Vollmond. Viel Spaß dabei! Stell dir vor, wenn du nachts in deinem Bett liegst, mit deinen Bären an deiner Seite scheint über der Stadt ein großes, wunderbares Licht, der Mond. Manchmal ist er rund wie ein Knödel, manchmal sieht man ihn nur halb. Und dann und wann versteckt er sich, aber du kannst sicher sein, er ist da. In den Ästen der Bäume, siehst du sie im Dunklen, schlafen die Vögel und ruhen sich aus. In manchen Fenstern ist es noch hell, vielleicht ist dein Baby wach und jemand singt ein Lied, bis es wieder beruhigt einschlafen kann. Die Hunde gehen noch eine Runde spazieren, um sich dann ebenfalls einzurollen und zu schlafen. Der Kindergarten schläft und auch die Bauklötze ruhen und sie freuen sich auf den neuen Tag, wenn ihr wiederkommt. Stell dir vor, in einem Haus, in unserer großen, bunten Stadt, liegst du mit deinen Bären an deiner Seite und über uns scheint ein großes, wunderbares Licht, der Mond. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen, am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Zweig, πάaley Zweig, Seid Weig, schweiget Untertitelung des ZDF, 2020